Moin Leute, was geht? Hier ist YouTube Gamescom auf der PS3 und ich spiele heute Black Ops 2. Overflow heißt die Map Peshawar Pakistan und ich habe mir mal gedacht, jetzt nehme ich mal eine andere Waffe. Ich glaube MP27 und die FHJ18AA. Meine Perks sind kugelsichere Wessel, Zähigkeit, Taktikmaske, Granate und... Was? Schockladung mal zwei, Digga. Perfekt, das sind coole Dinger, coole Perks und die nehmen wir jetzt mit. So, mit der Waffe kann ich überhaupt nichts anfangen. Erstmal muss Gefahr sein. So, M27, angepasste Version, los geht's. Rotpunkt Visier ist auch dabei. Hauptquartier Overflow, so. Müssen wir aufpassen, Digga. Hab ja noch ein paar Leute drin in der Lobby. So. Okay, lauf, 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 lauf. So, ich folge jetzt einfach mal dem Typen hier, weil alleine möchte ich jetzt nicht hier rumlaufen, weil ich sonst, äh ja, weil ich sonst tot bin einfach da rum. Nicht? Ja. Digga! Das hab ich gemeint. Oh! Alter, das ging mal schnell, Digga. Da laufen die, Digga. Da laufen die. Was ist das? Ah, ich muss das erobern, Digga. Oh, vom Balkon, Digga. So. Jetzt erst mal gucken, wo die Leute sind. Von mir, also mein, 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 mein friedliches Team. Da haben wir schon einer. Digga! 100 Punkte. Gut. Hilfe! Hilfe? Hilfe bringt ja nichts hier. Also sie hat die Frossen. Ich versuch's ja, Digga. Aber ich kann nicht. Die Frossen hat. Ich passe auf, dass ich das Ding, äh, das Fenster. Da hockt er immer. Gut, Hopfurtier ist eingenommen, Digga. Ja, jetzt hockt er am anderen Fenster. So, warten auf Hopfurtierzerstörung. Alter, jetzt muss ich warten, Alter. Digga, ich muss warten. Los, nehmt ein, Alter. Perfekt, Digga. Oh, shit, Digga. Ich seh überall Feinde, aber ich hab keine gute Position, die zu töten, Digga. Ich seh, ich, ich, ich. Hock wieder am Fenster, Digga. Scheiße. Glas fliegt. What the fuck, Digga? Was läuft? Hast du was geraucht, Alter? Nicht? Gut. Okay, Digga. Oh. Wir müssen erobern, Digga. Los. Gut, wir haben's eingenommen, Digga. Los. Renn, 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 renn. Okay. Also, was haben wir hier denn? Die Drohne, die Drohne nähert sich. Ah, die Drohne, Digga. Jetzt kann ich diese Waffe einsetzen, glaub ich. Das ist unser Killer-Drohne eingesetzt. Ah, scheiße. Hunter-Killer-Drohne. Ah, das ist, glaub ich, nicht, äh, das ist unser Team, Digga. So, jetzt gehen wir hoch. Oh, das kann sein. Oh, der hat schnelle Reflexe. Oder er hat ne coole Waffe gehabt, einfach. So, das ist der John, Senna, 96. Die Folgen wird's einfach mal. Ich will gelöscht werden. Was? Komm, Digga, renn, renn, renn. Alter, der Ball hat alle weg, Alter. So gehört sich die Sache. Schaut's euch an. Oh, jetzt ist kein Problem. Wow. Hey, wir müssen, wir müssen Hauptquartier einnehmen. Wir müssen Hauptquartier einnehmen, Digga. Verbündeter Blitzschlag steht davor. Hier ist verbündeter Blitzschlag. Wunderbar. Kugelsichere Weste, Zähigkeit und ich dabei, Alter. Super, los, renn. Hoffentlich. Jojo. So, Leute. Oh, Digga, Digga, Digga. Wir müssen das Blech haben. Da hilft mir selbst die kugelsichere Weste nimmer. Wenn's der auf mich hier abgesehen hat, Digga. Weiß nicht. Weiß nicht, mein Headset wird mir nicht angezeigt. Einen Fehler. Weiß nicht, warum, Alter. Burn, ey, fucker, burn. Yo, das war's eigentlich schon wieder von eurem YouTube Gamescom auf der PS3. Ich hoffe, dieses kleine Commentary hat euch gefallen. Wenn's euch gefallen hat, dann Daumen hoch, wenn nicht Daumen runter. Also, bis zum nächsten Mal. See you later, alligator. Euer YouTube Gamescom. Bis dann. Ciao. Ciao.